Das Wort nun dem Kollegen Reinhard Brandl für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wer meint, die Politik heute, hat keine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, dem empfehle ich als Lektüre diesen Haushalt. Und ich beginne mit der ersten Herausforderung, die uns über die letzten Jahre massiv beschäftigt hat, das Thema Staatsschuldenkrise in Europa. Im Jahr 2016 machen 24 von 28 Ländern in Europa neue Schulden. Deutschland legt in dieser Zeit zum vierten Mal einen Haushalt ohne Neuverschuldung vor. Bei den Koalitionspartnern kein Wunder! Meine Damen und Herren, ich weiß, auch wenn Johannes Kahr stark dafür gekämpft hat, es ist keine neue Nachricht mehr. Das heißt, wenn es zum vierten Mal passiert, dann gibt es auch keine Eilmeldung. Aber ich will auf ein Detail hinweisen. Mit dem Haushaltsgesetz, das wir jetzt gleich verabschieden, gehen wir in die nächste Stufe. Und zwar werden wir einen Teil des Bundesbankgewinnes zur Schuldentilgung einsetzen. Diesen Weg können wir in Zukunft noch viel stärker gehen. Das ist generationengerechte Politik. Meine Damen und Herren, wir haben den Tag heute begonnen mit der zweiten Herausforderung, Modernisierung der Infrastruktur. Auch daran misst sich für mich die Generationengerechtigkeit. Wir haben mit 11 Prozent die höchste Investitionsquote seit 16 Jahren. Bundesminister Dobrindt hat heute Morgen den Investitionshochlauf bei der Infrastruktur beschrieben. Seit er Minister ist, stehen 25 Prozent mehr Geld für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung. Und das Problem, wir haben heute mehrfach darüber gesprochen, ist heute ja nicht mehr, dass der Bund zu wenig Geld bereitstellt. Sondern das Problem ist, dass die Länder und Kommunen das Geld gar nicht mehr abrufen, weil ihnen die Planungskapazitäten fehlen. Das beginnt bei der Verkehrsinfrastruktur. Das geht über die Sanierung öffentlicher Gebäude, über die Breitbandversorgung. Das geht über den Kita-Ausbau. Alle dessen Themen, wo wir mehr tun könnten, wenn die Planungskapazitäten da wären. Und das ist der nächste Schritt, in dem wir gemeinsam mit den Ländern und Kommunen arbeiten müssen. Die dritte Herausforderung, auf die der Haushalt eine kraftvolle Antwort gibt, ist der Erhalt des Bildungs- und Technologiestandorts Deutschland. Meine Damen und Herren, als ich die erste Rede hier gehalten habe, das ging damals 2009 zum Bildungs- und Forschungsetat. Wir hatten damals im Bildungs- und Forschungsetat 10 Milliarden Euro. Wir sind heute bei 17,6. Es ist eine Steigerung um 70 Prozent. Und wir als Parlament überlegen auch die ganze Zeit, wo wir noch neue Impulse setzen können. Und wir haben jetzt letzte Woche diesbezüglich auch gehandelt und den Haushalt zum Beispiel der industriellen Gemeinschaftsforschung um 30 Millionen Euro erhöht. Oder wir haben sechs neue Institute, das DLR, eingerichtet, um weiter Spitzenforschung in Deutschland betreiben zu können. Meine Damen und Herren, vierte Herausforderung, der soziale Zusammenhalt. Von diesem Haushalt gehen 52 Prozent der Ausgaben in das soziale Netz, das unsere Gesellschaft zusammenhält. Man kann diese hohe Quote auch kritisch sehen. Aber darum geht es mir an dem Punkt jetzt nicht. Sondern ich will darauf hinweisen, dass der ausgeglichene Haushalt nicht auf Kosten des Sozialstaats geht. Und meine Damen und Herren, wenn wir den Gesamtzusammenhang natürlich noch recht betrachten, Wir haben in diesem Jahr die höchste Rentenerhöhung seit 23 Jahren. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren. Und wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie. Und wir können aus Deutschland heraus sagen, das Modell der sozialen Marktwirtschaft funktioniert. Und weil es funktioniert, weil die Menschen Arbeit haben, weil die Unternehmen Gewinne machen, weil die Steuereinnahmen fließen, können wir das alles, über das ich heute hier spreche, uns überhaupt leisten. Und meine Damen und Herren, die Kollegin Lötzsch von den Linken hat die Debatte mit dem Bild begonnen, von Frau Holle, die das Geld sozusagen über das Land verteilt und das sozusagen vom Himmel fällt. Das ist nicht der Fall. Hinter jedem Euro, den wir ausgeben, der aus Steuermitteln kommt, steht harte Arbeit unserer Bürgerinnen und Bürger. Und dafür können wir auch dankbar sein. Aber trotz dieser in Europa vergleichsweise guten Situation haben die Menschen bei uns das Gefühl, sie wissen, dass die Welt unsicherer wird. Und sie wissen, dass unsere Zukunft, die Zukunft unseres Wohlstands und unseres friedlichen Zusammenlebens nicht dauerhaft gesichert ist und dass sie von Kräften bewegt wird, die außerhalb unseres Landes liegen. Und auch auf diese Herausforderungen geben wir ganz konkrete Antworten. Und meine Damen und Herren, ich habe die Debatte zum Haushalt des Bundesentwicklungsministers hier verfolgt. Und es ist beeindruckend, in welcher Vielfalt wir zum Beispiel die Herausforderung Fluchtursachenbekämpfung angehen. Mir ist nur ein Punkt im Kopf geblieben. Alleine Deutschland zahlt in diesem Jahr etwa die Hälfte des Budgets der Welthungerhilfe für Syrien und die Region. Das ist Fluchtursachenbekämpfung. Meine Damen und Herren, Wahrung äußerer Sicherheit. Auch das ist eine Herausforderung. Wir alle wissen, und es wird auf internationalen Konferenzen viel darüber gesprochen, Europa muss mehr für seine Verteidigung ausgeben. Wir tun es. Der Haushalt der Bundesverteidigungsministerin steigt um 8 Prozent. Das sind 2,7 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, wir nehmen auch die Herausforderung im Zusammenhang mit den Flüchtlingen sehr, sehr ernst. Das heißt, im Haushalt BMI, ich trage dafür im Haushalt auch mit Verantwortung, stehen alleine für Sprachkurse 610 Millionen Euro bereit. Wir führen jetzt neue Erstorientierungsangebote für Asylbewerber mit unklarer Bleibeperspektive ein. Wir erhöhen die Mittel für Migrationsberatung. Und, meine Damen und Herren, wir führen auch ein Anreizprogramm zur Förderung der freiwilligen Ausreise ein. Auch diesen Punkt dürfen wir nicht unterschätzen. Wenn ein Asylbewerber erkennt, dass er in Deutschland keine dauerhafte Bleibeperspektive hat, dann wollen wir ihm mit diesem Programm den Neustart in seiner Heimat erleichtern. Und als letzten Punkt möchte ich die innere Sicherheit nennen. Und ich könnte da ein ganzes Bündel an Herausforderungen nennen. Beginnend von Grenzschutz, Terrorismus, organisierte Kriminalität, Cybersicherheit, Extremismus in allen verschiedenen Varianten. Ich glaube, keine Koalition vor unserer hat jemals die innere Sicherheit, die Sicherheitsbehörden so gestärkt, wie wir es getan haben. Die Bundespolizei wächst um 7.500 Stellen, ungefähr 20 Prozent. Bundeskriminalamt wächst in fünf Jahren um 1.000 Stellen, das macht auch ungefähr 20 Prozent. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, wir investieren in die innere Sicherheit, weil wir wissen, und das liegt uns als CDU, CSU besonders am Herzen, die oberste Aufgabe des Staates ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Und diese Aufgabe, diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Meine Damen und Herren, das waren jetzt in acht Minuten acht Herausforderungen, auf die wir eine Antwort geben. Ich weiß, dass in Zeiten postfaktischer Politik Fakten nicht mehr die zentrale Rolle spielen, aber verschweigen dürfen wir sie deswegen auch nicht. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Martin Gersta Martin Gersta Martin Gersta